Jetzt hör auf so rumzumachen, die Runde da ist... Das hat man gesehen! Das hat man gesehen! Oh, Pre-Intro! Hey, meine Damen und Herren! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bad Wars zusammen mit dem türkisen Schniedelwurz Zeronik. Hallo, ich bin der Schniedelwurz Zeronik. Ja, wir geben alles. Mal gucken, was wir hier reißen können. Auf der neuen Map, die heißt Furt. Und nicht Furtz, so wie das Zeronik vor der Aufnahme gepredigt hat. Ach, du hast Furtz verstanden. Ich hab gesagt Fotzen. Oh, danke, jetzt darf ich das wieder rauspiepen. So, ähm, ja, mal sehen, was die Map so toll. Warte, 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 warte. Du zensierst echt alles bei dir? Nein, das aber sag ich immer nur so. Fotze, Ficken, Schwanz, Penis, Wuschi, Ficken. Wieso tust du mir das an, Alter? Weil du jetzt alles zensieren musst. Wir haben die anderen neuen Maps auch für Zeronik aufgenommen. Du musst jetzt echt, ey, du musst jetzt echt bei allen. Eine andere neue Map, also schau ihn da vorbei. Ist verlinkt in der Beschreibung. Sie, klaro, looki, looki, Mann. Warte, du musst jetzt echt in dem Video mal alles, komm schon, gib sie einfach mir. Alles, was ich sage, was irgendein Fluchwort ist, Ja, bitte auch. Das versaut das Video, wenn ich da so viel rauspumiere. Das kacke, hör bitte auch. Ja, das ist nur für dich umständlich. Schau dich bitte auf das Game und rock die Bude hier. Und was ist, wenn ich Tourette habe? Hast du aber nicht. Und was ist, wenn ich das hätte? Ja, hast du aber nicht. Hätte, 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 Zeronik hat eine Nüppelkette. Oh, nice. Blau hat von Rot. Nein, da geht ein Roter zu uns. Oh, ich habe ihn noch. Nein, ich habe ihn. Nein, unser Bett ist weg. Oh mein Gott, Teammate. Bitte, 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 bitte. Ich bin gerade echt in der doofen Lage. Ja, ich auch, weil unser Bett so gut weg ist. Ich bin gerade ohne Spitzhacke mit Blöcken eingebaut. Oh mein Gott, war das knapp. Ich habe unser Bett gerettet. Ja, ist doof, ne? Ja, ich bin gerade hier. Aber ich bin der Base im Gegner dafür. Ich helfe dir. Bei welcher Base bist denn du? Hoffentlich nicht bei Blau, weil da ist nämlich keiner. Da ist so nicht völlig umsatzbar. Bei Rot bin ich. Ich komme zu Rot. Ich eile zu dir. Oh, ich habe vier Gold, ne? Ich hätte mir eigentlich nicht. Ich habe doch nicht Gold. Oh, ich habe keine Blöcke. Ich kann nicht zu dir kommen. Nice, Alter. Ich habe beide grün gekehlt. So muss das. So muss das. Ja, ich bin tot, endlich. Nein, ich komme nicht zurück. Und ich habe einen Haufen Gold. Warte, ich komme zur Mitte, okay? Brauchst du Hilfe? Ne, ich glaube, ich komme doch zurück. Jawohl, oh nice. Sorry, muss gehen. Oh Gott, schaffe ich den Sprung? Oh, nice. Sorry, muss gehen. Wer zum Teufel in eine Runde rein? Zwei Minuten? Sorry, muss gehen. Vor allem ist es voll nett von mir. Die anderen würden so schreiben, oh, scheiße, auf diese Bastarden-Team-Mails. Ich gehe einfach. Ach so, voll nett von ihm. Sorry, Leute. Findest du das nicht nett von ihm? Ich finde das nett von ihm. Doch. Ich finde das nett von ihm. Na, dann ist doch. Dann ist alles cool. So, ich brauche Blöcke. Blöcke und dann holen wir uns mal Team Rot. Wir müssen uns rächen. Die sind dir an deine türkisen Nippel gegangen. Das kann ich so nicht tolerieren. Oh, da ist einer. Den kann ich runterschießen. Da will ein Roter uns an die Wäsche. Oh, der baut das dann so zu, wie ich das hasse, wenn Leute das machen. Roter hat noch ein Bett, oder? Ja. Ich habe gleich ein Bett. Warte, warte, warte. Nein, dann töte ich den nicht. Dann lasse ich den mal kommen. Aber jetzt muss ich ihn töten. Er rennt auf mich zu. Ich habe sein Bett. Nice. Und jetzt kille ich ihn. Hol mir seinen Kill. Nice, der Ronnick. Aber du bist ja eine richtige Bettwurst-Maschine. Ich bin eine Bettmaschine. Im Bett bin ich immer eine Maschine. Nice. Ich habe ihn gekillt. So muss das. Oh, ich habe einen Bogen. Dings da muss. Hast du mir einen Bogen, Banks? Ich habe einen Bogen. Wo bist du? Hier hinter dir. Ja, wir werden aber... Nee, ich habe für dich keinen. Hast du mir einen Bogen? Ich habe einen Bogen, ja. Für mich? Nein. Danke, Banks. Du bist immer für mich da, wenn ich dich brauche. Das haben wir schon immer ausgezeichnet. So. Oh nein, der schießt nicht. Nein, 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 nein. Oh. Ich sag mir was. Nippel OP. Nippel sind echt OP, Mann. Nippel Block. Nippel. Oh. Danke, dass du dich in mich reinstellst, damit ich das nicht schießen kann. Jetzt im Ernst. Im Ernst. Oh, das wird was zum Rauskippen. Stell dir jetzt mal vor. Nein, nein. Stell dir mal ernsthaft vor. Du bist so mitten im Krieg oder so. Früher bei der Bogen, Banks, Lager. Stell dir vor. Oh, da kriegst du einen Pfeil. Genau in den Nippel. Oh mein Gott. Stell dir mal vor. Am besten noch so seitlich. Das wäre so ein Nippelpiercing. Ich glaube, ey. Oh nein, ich bin tot. So ein Pfeil Nippelpiercing. Okay, fuck. Ich wollte die noch posten. Der letzte Rote ist in der Mitte. Alter. Nice, das war's. Tschüss. Yes, haben wir. Siehst du Nippels immer? Das war eine fixe Runde, Leute. Wir zeigen jetzt gleich noch die dritte neue Map. Das ist eine Einzel-Map. Die machen wir ganz quicky, Leute. Kein Problem. Lasst auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal ein Däumchen nach oben da, wenn ihr das Ganze gefeiert habt. Und wir sehen uns gleich auf der nächsten neuen Map. Bis gleich. Tschüss. Hey, Rabobken. Da sind wir auf der nächsten Map. Die neue nächste Map. Sie heißt... Oh Gott, das habe ich mir wieder nicht gemerkt. Castle heißt sie. Castle. Castle heißt sie. Ich glaube, sie heißt so. Aber 100% sicher bin ich mehr. Leider nicht. Ich hoffe, ihr wisst schon. Mit Zeronik. Castle kann gut sein. Ja, es macht Sinn. Wegen dem... Weil die auch zu Saussi so ein bisschen. Weil Schloss und Castle sind. Ja, macht schon Sinn. Ich meine, okay, das sieht doch auch so ein bisschen wie so ein Hängelnippel auf den Dächern. Aber mein Gott. Hey, weißt du, wo hast du mich aufgefallen, dass wir in meiner Aufnahme, in deiner Aufnahme und im letzten Video zusammen über Nippel reden? Ich finde, das ist so langsam so eine Obsession geworden. Ja, aber wir reden doch privat auch immer darüber. Leute, wenn ihr wüsstet, worüber wir privat reden würden, ohne Spaß. Wir haben gerade ohne Spaß vorhin wieder eine halbe Stunde über die Welt philosophieren. Es ist aber echt so, wir reden echt eigentlich so über philosophische Themen sehr viel. Kaum nehmen wir auf, werden wir richtig dumm. Nein, wir werden unterhaltsam. Hallo? Unterhaltsam? Wir werden einfach dumm, Mann. Was? Ich bin ohne Spaß. Du wärst dumm, ja, ich hier gar nicht. Ja, ich werde dumm, du bleibst dumm. What, Alter? Meine Tastatur schreibt un-un-un-un-un. Einfach überrannt. Überrannt heißt der. So, der heißt überrannt und wurde überrannt. Lustig. Ich geh zu blau. Ich bin wieder der erste Nimm-Mittichichi. Nicht zu blau, ich bin blau, du sprachst. Echt? Ja. Nein, du bist gelb. Du bist so ein Random. Du bist überhaupt nicht blau. Aber blau ist nicht mal drin. Der hat zu, guck, siehst du, wenn du da rechts guckst, blau und rückst. Das heißt, ich brauche mich auch nicht zu blau. Das ist ja voll unnütlich, dann brauche ich mich zu Team Schwarz. Team Schwarz ist auf jeden Fall da, den sehe ich. Und nein, das bist nicht du. Skandal. Das ist ein Skandal. Merkt man, immer wenn es Ceronik so richtig ruhig ist, dann konzentriert er sich gerade so. Ja, wenn ich kraften muss, weil ich vergessen habe, wie man das Zeug macht. Das ist ziemlich bitter. Zieh mich bitte. Team Schwarz, ich probiere mein Bestes. Team Schwarz baut sich auf jeden Fall zu Team Türkis. Das bist du, Ceronik, deswegen werde ich mal aufpassen. Was? Ah, verarscht. Ach, du bist so ein Spaß. Ich bin gleich mit meiner Welt. Aber es hätte gepasst, ne? Ne, du bist gelb, glaube ich. Welche Farbe bist du? Ich weiß nicht. Ich bin orange und du bist gelb. Aber wir teamen ja nicht. Das ist nämlich verboten. Das ist verboten? Ja, ja. Achso, ja stimmt. Aber wir sind eh voll weit auseinander, deswegen kein Problem. Hä, wo ist denn das Bett hier? Ah, hier ist das Bett. Ah, ich habe das Bett. Nice. Und Team Schwarz hat das Bett von Team Grün. So ist der Kreis. Wo ist eigentlich mein Bett? Du musst hoch. Dich hoch. Du musst entweder den Wasserfall hoch oder wenn du schnell machen willst. Ich finde ich eine neue Map. Ist eine neue Map, mhm. Warum weißt du, wo das Bett ist? Wie bitte? Warum weißt du denn, wo das Bett ist? Weil man das instant sieht. Wo sollte denn das sonst sein? Auf dem Jupiter? Ja, ja, ja. Leute, also ich muss ja sagen, ich bin enttäuscht. Banks hat uns schon wieder mal gespickt vorher. Ja, ich habe die Map schon mal vorher gespielt. Und ist das jetzt ein Verbrechen? Hast du echt? Hey, wir haben die Map zusammen gerade gespielt, du alter Witzer. Lachen wir doch nicht rum. Ja, stimmt. Was nimmst du denn für Drogen? Das ist ja nicht schaffst, dass das Absicht war. Jo, okay. War es nicht. Okay, der Grün ist in der Mitte. Äh, Grün. Ich bin verwirrt. Okay, wir versuchen den Grün in der Mitte jetzt mal zu killen. Der hat nämlich kein Bett mehr. Rot. Hast du, was dir gesagt? Teamen. Naja, nee, ich. Also ich sage halt immer wir, also meine Zuschauer und dich, die unterstützen mich bei der Sache. Boah, das ist aber süß. Naja, die sind das in die Besten. Nice, Leute. Neußer, neußer. Da haben wir gekillt. So, dann gehen wir jetzt mal zu Team Rot als nächstes. Oder wir holen uns das Gold. Du bist gelb, Mann. So, wir haben Gold. Was an und für sich. What the fuck? Ich sehe dich. Weg? Aber ich verschone dich. Ja, lass mich mal wenigstens noch bis zum Ende leben. Als ob ich so der Mega-Badwass-Profi-Gamer bin, der sich über dein Leben entscheiden kann. Ich gucke gerade, klar, ich fühle mich gerade wie so auf Drogen. So, hä, wo bin ich, was mache ich? Hä, hab ich überhaupt noch meine Nippel? Ich will nicht, was mache ich? Wenn du auf mich schießt, ich, ich, ich... Ja, die gleiche Angst habe ich bei dir auch, ey. Nee, ich bin super. Da kann man nicht vertrauen bei sowas. Er würde alles für den Sieg machen. Er würde sogar seine Nippel rausholen. Das stimmt. Das stimmt. Aber ich würde sie nicht verkaufen, sondern ich würde sie einfach... Ich würde sie... Bist du das da vorne, der Bogen auf dem... Ich greife den Roten jetzt gerade an. Klicken, klicken! Oh Gott, er baut sich ein, er macht irgendwas. Ich habe ihn. Nice. Okay, jetzt baue ich das Bett ab. Nice. So, jetzt gehen wir hier hoch. Der Pixel-Player-LP. Für dich ist Feierabend, mein Guter. GG. Aber er hat alles gegeben. Oh, nee, noch ist nicht Feierabend. Er hat es zugebaut. Oh nein, mit Kisten. Ich hasse die Kisten. Kann sein, dass der jetzt... Nein, der geht jetzt locker zu mir. Oh, oh, Leute. Das wird eng. Das wird eng. Das wird sehr eng. Ich gebe aber mein Bestes. Okay, das Bett haben wir. Ist der zu mir? Ja, der ist zu mir gerannt, Leute. Oh, 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 oh. Nein, ich habe nicht genug Eisen. Oh, mein Bett, 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 mein Bett. Ah! Warp, oder warp, oder? Nein! Nee, okay, das war das Türkis. Oh, ich dachte, mein Bett, okay. Welche Farbe bin ich denn überhaupt? Ist der bei mir? Also, ich bin am Anfang an der Farbe und du hast Lust, woher ich Farbe bin ich. Rot. Aber der ist nicht zu mir. Ich dachte, der ist zu mir gerannt. Was hat denn der Typ gemacht? Ich bin gerade zu wem gerannt. Aber ich weiß nicht, zu wem. Ich glaube, ich habe von Türkis rausgehauen. Das da oben, das muss jetzt eigentlich grün sein, ne? Ach so. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wo du hinrennst, aber auf jeden Fall nicht zu mir. Ach so, da bist du, lol. Ach so, ah, mhm. Ach doch, du rennst sogar zu mir, stimmt sogar. Nur noch über, weit weg. Hallo. Jetzt hör auf, so rumzumachen. Die Runde da ist... Das hat man gesehen! Das hat man gesehen! Oh, Pre-Intro! Das Einzige, was man gesehen hat, ist, dass Schwerkraft besser als Banks ist hier. Ich habe gesehen, dass du völlig ohne Fremdeinwirkung runtergefallen bist. Ja, eben, weil die Schwerkraft ist auch stärker. Alter, wie schnell du wieder in der Mitte... Ja, du bist durch die Wand gelaufen! Bin ich nicht, Alter. Doch, bist du! Ich habe es wieder aufgenommen. Bäm, Alter! Komm, reporte dich doch! Alter, wie viel Gold in der Mitte ist, Junge. Leute, alle Banks reporten, ihr wisst, was zu tun. Es geht auf Komme-Forum und reportet ihn. Wie schnell du wieder in die Mitte, Geierst. Hör mal ab. Guck mal weg! Zur Ruhe. Du musst jetzt nicht in Ruhe lassen, hör mal. Nein, ich komme jetzt. Ich komme wieder. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. True Story, Bro. Ist klar, dass die Map ewig geht hier gerade, ne? Ich hau von der Mitte ab, du... Oh, er hat sich echt einen Stick auch noch gekauft. Und tschüss! Nein, immer noch nicht. Jetzt! Welche Farbe bist du gelb? Die Runde ist super spannend. Halt die Schnauze, Alter. Du bist sehr unfreundlich. Nein, das war jetzt... Das war ironisch gemeint, das war ironisch gemeint. Eigentlich habe ich es ernst gemeint. Bist du da gerade runtergeflogen oder sehe ich da gerade? Ja, ja, ich bin gerade runtergeflogen. Nehme ich auf dein Bett drauf. Hehe. Wie er sein Bett eingebaut hat. Nice, als ob das irgendwas bringen würde. Als ob du bist so ein Tryhard, Mann. Als ob du dich jetzt zu mir da tingelst. Wie er jetzt so still ist, Alter. Wie jetzt so der Showdown ist. Merkt ihr das? Wie er jetzt nichts mehr sagt? Du bist doch nur ein Tryhard, Mann. Guck, guck. Lord, du bist ein Tryhard. Du bist ein richtiger. Lord, bist du ein Tryhard? Ich nicht treffe, Mann. Kein Bock mehr, verzieh dich. Yay, gewonnen. Easy. Oh, ich kann nicht ein Alter schreiben. Scheiße. So. Leute, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Schaut auch bei Zeronik vorbei. Da haben wir auch eine neue Map aufgenommen. Und ich würde sagen, bis sehen uns morgen. Tschüssi. Ciao. Ihr müsst.